Was geht YouTube? Es ist euer Kuja wieder am Start. Yeah. Okay. Ihr liebt ja mein Cap Rap. Yeah, fair with me. Ey, lieber cap ich als yeah, yeah. So zu tun, als wär ich ein Dealer, yeah. Ey, ich pull up all die Streets mit den Goons. Ey, ich pull up mit des yeah. Ey, ich pull up mit den Goons, yeah, ey. Ey, ich pull up mit den Goons on the street, yeah, yeah, ey. In dem Jeep gab er auch noch gemacht, ah, 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 ah. Check. Ich hol mir eine Chain, ja, mit meinem ersten Check. Ja, du weißt, ja, ich krieg die Bitch in mein Bett. Ja, du weißt, ja, real Facts, no Cap. Motherfucker, push die Packs, ja, big ass. Ja, 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 ah, 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 ah. Ja, ja, ah, 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 ah. Wow, ah, 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 ah. Ja, früher auf der Street alle Snacks. Ja, du weißt, du musst aufpassen, ja. Wenn du unterwegs bist, in dem Gras, ja, sie strecken dich von, ja, 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 behind, ja, behind, ja Ja, 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 ja Hey, hey Rest in Peace, King, Von, Pop, Smoke, Young, Dolph, ey, das waren OGs, ja Auf der Street, ey, die waren, ja, Vorbilder für alle, die waren krass Tracks waren einfach nur zu, zu krass Ich hab Angst vor der, ja, 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 ja Okay, tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid Ich, ey, ich freestyle einfach gern, ey, was soll ich sagen Also, wir gehen heute jetzt zu EuroThug, Nisi19, Nisi, 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 einfach geil, Nisi, gleich geiler Part, EuroThug gleich cool Äh, das kann eigentlich nur ein Banger werden, ich hoffe, ich hoffe Wenn das ein Flop ist, dann sag ich Flip, Flip, Flop, Flippity, Flop, Flop Yeah, neu los, neu los Okay, check, check Ich bin mit Nisi, die Leitung ist busy Okay, 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 also wir haben hier schon mal eine Hook, die aufgeteilt wird Also es ist quasi, es wird immer gepasst, sehr nice Ähm, ich finde bisher EuroThug hört sich jedes Mal einfach wie ein absoluter Brecher an Es ist zu krass, wie der sich anhört Ähm, Nisi hat halt natürlich den geilen Flow Äh, aber EuroThug, äh, hört sich sehr schmackhaft auf den Songgeschirr an Und an der Stelle, der Beat ist mal was ganz anderes Sehr heavy Trap angelehnt, mit nicen 808s, sehr, sehr Welcher Läufer ist schneller, wie beim 400 Meter Dash? Ey, du hast die Stange in einen Lacken gelegt Es ist auch nichts cooles, einen Stein auf die Waage zu legen Also außer es ist natürlich ein Kieselstein Das kann man natürlich machen, wenn man mit seinen Homies Kieselsteine messen möchte Dann ist das natürlich total valide Aber ansonsten, es ist nichts cooles daran Liebe Jungs da draußen, Street Motherfuckers Drogendeal ist nichts cooles Ich such das K Und ich rede nicht vom Kreuzwort Rätsel Ich verbieg die Bitch Wie ne Brezel Yeah Ich bin mit Euro Ich bin mit Euro Und wir 10 Euros Alles weit Arbeit, da muss noch mal neu los Melody fliehen durch Hof ist kein Golfkurs Also Schalockburg ist ein Wolfus Ich bin mit Nisi, die Leitung ist busy Ich bin immer sicher, die LK hat Treuduf Ich bin mit Nisi, die LK hat Treuduf Ich bin mit Nisi, die LK hat Treuduf Ich bin mit Schlösser, wir zahra 1010, die liegt wieder von Neuluf Sehr, 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 sehr Zäh, sehr, eh Uwe, we, we We, we We, we Also Track ist ne 7,8 of 10 Eurozdak ist ein absolut kranker Typ auf dem track besser 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 als nissi muss ich ehrlich gestehen aber ist ja auch sein track deswegen verständlich sie hat wahrscheinlich einfach feature geld bekommen oder diesen best friends aber es war ein guter song auf jeden fall ich glaube euro tag ist auch in berliner deswegen meistens ding kuya raus das war meine meinung zu dem track der track mal gut was soll ich sagen track mal gut ja in diesem sinne bald weihnachten und so macht schon mal geschenke an eure eltern und verbringt die zeit viel erholung mit der familie und in diesem sinne amen tschüss ade tschau kakao tschüsseldorf tschö mit euch